Musik Ich finde, in einem solchen Umfeld hat die Musik nochmal eine andere Wirkung. Musik ist nicht so stark, da nicht steril, sondern wird durch das Ambiente auch eigentlich sehr schön umrahmt. Und ich finde, steigert auch den Genuss dabei. Man kann eigentlich überall Musik machen, da eigentlich. In diesem Ambiente ist es einfach gigantisch. Ja, meine Idee mit diesem Fest ist, durch Musik wirklich eine Plattform zu schaffen für die Verbindung in der Gemeinschaft. Es gibt eine Verbindung zwischen Menschen, Kulturen und auch zwischen Musikern und Publikum. Es gibt Musiker aus verschiedenen Ländern, Kulturen, die zusammenarbeiten, mal ganz neue Besetzungen ausprobieren, auch in verschiedenen Orten zu spielen. Musik Es ist mal ungewöhnlich, weil es das nicht so wie ein normaler Theater zum Beispiel. Du hast diese Graben da unten und dann das Publikum ist irgendwo da vorne. Und die sehen sogar die Musikern gar nicht. Und hier ist es mehr so, mehr gemütlicher sozusagen. Musik Die Musik ist in dem Ambiente wirklich nochmal ein bisschen schöner, weil man natürlich die Natur hat, die Sonne hat. Und dass man hier entspannt sitzen kann mit einem Glas Wein und nicht im Konzertsaal eingequetscht, finde ich sehr entspannt. Und hat was familiäres und dadurch einen ganz entspannenden Zugang. Musik Das ist was ganz anderes als das, was wir sonst gewohnt sind. Wäre schön, wenn man solche Veranstaltungen, mehrere davon hätte. Wir hoffen, dass nächstes Jahr alles möglich wird. Also sogar noch so ein Musikfestival. Wir freuen uns, wenn wir das gleiche Festival auch nächstes Jahr, vielleicht noch andere Städte, auch mit Gedanken, also nicht nur Spiele. Auch soziale, musikalische Projekte entwickeln, auch mal Projekte für die neue Musikergenerationen mit Jugendlichen und Kindern arbeiten. Durch Musik und Kunst kann man viele Brücke aufbauen und es entsteht eine schöne Beziehung am Ende alles zusammen. Wenn du halt auf hohem Niveau toll musizierst, dann trifft es die Seele. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020